So, Vorsicht, passt mal auf, dass ihr schön auf dem Talski steht, sonst gibt's hier gleich eine menschliche Lawine. So, das ganze Wichtige ist gleich vorweg. Wer glaubt, so eine Halle hier ist schlechter als für die Alpen, der ist auf dem Holzweg. Ihr habt hier nämlich alles, was es in den Alpen auch gibt. Ein Bayer, nämlich mich, ihr habt so ein super Schnee und vor allen Dingen, ihr habt so ein ordentliches Abrisski und viele kommen nur deswegen hierher. Und weil ihr nur einen Abend hier seid, da würde ich sagen, klären wir das Wichtigste gleich im Vorhinein, falls ihr kein Problem damit habt. Also, die Susanne vögelt heute Abend erst einmal mit dem Bernd, die Leser mit dem Marc. Äh, ich bin aber schwul. Merkwitzig, Türken, immer diese Großstadtkinder, das bringt mir jetzt aber alles durcheinander. Also, dann vögelt der Marc halt mit dem Achim. Wie? Du vögelst heute Abend mit dem Marc. Aber, aber, ich bin nicht schwul. Das stört dich doch nicht so an. Da hat der Bernd aber recht, du musst dich schon ein bisserl in die Gruppe einfügen. Na gut. Wunderbar. Dann vögelt also heute als erstes der Marc mit dem Achim, dann hat der Marc ein bisserl Pause und anschließend vögelt der Bernd erst mit der Leser, dann mit der Susanne und dann mit der Stefanie. Schaffst du das, Bernd? Klar. Und wenn nicht, dann gibst du morgen ein Obst raus, gell, Bernd? Könnte ich vielleicht zuerst mit Bernd vögeln? Ich wollte heute ein bisschen früher ins Bett. Herrschaftszeit, mir macht es mir aber nicht leicht. Also, dann vögelt der Bernd eben erst die Susanne und dann die Leser und anschließend die Stefanie. Ist gut so. Wie? Und ich vögel nur mit Marc? Ja gut, das ist ein bisserl ungerecht, gell? Ja, sonst nimmst du dem Bernd einfach die Stefanie ab. Nee, das ist jetzt aber auch doof. Wir sind ja sowieso schon verheiratet. Also, gut, dann der Marc vögelt mit dem Achim und anschließend vögelt der Achim mit der Susanne, damit die früh schlafen gehen kann. Und dann vögelt der Bernd anschließend mit der Stefanie und dann mit der Lisa. Einverstanden? Ich will aber auch die Susanne. Also gut, letzter Vorschlag, aber danach ist Schluss. Erst vögelt der Marc ganz schnell mit dem Achim und anschließend machen der Bernd und der Achim und die Susanne einen Dreier, damit die Susanne früh weg kann. Und anschließend da vögelt der Bernd noch mit der Stefanie und mit der Lisa. Alles in Ordnung? Ja. Was mit dir, Marianne? Ich vögel ja sowieso mit allen. Ich bin ja schließlich die Skilederin. Ach, bisher. Klar. Super, dann würde ich sagen, was das für ein Skikurs und jetzt kommen wir alle auf Hütten.